Jetzt sind wir hier irgendwo im Schuhlager Oh Gott Und da oben Oh Gott, was? Ja, ja, ja Ich wollte gerade fragen, warum da um Brand steht Aber ich denke, du würdest gleich ordentlich zur Sache gehen Und da riecht's auch schon nach Brand Wo bist du, Skirky? Wenn ich dich erwische Oh Gott, da sind welche Oder? Ich sehe doch Schatten Ach, Mann, oh Alter Weg hier Was war da, was war da, was war da Hammer Von wegen Hammer, ey, die spinnen doch Das Fingerabdruck Beziehungsweise Handabdruck Bringt mir nichts Durch die verringerte Sicht dank des Rauchs Lassen sich die Schützen einfach ablenken Danke Das werde ich machen Genau das gleiche Welche Schützen Wo sind da welche? Ach da Überall sind sie Überall sind sie wieder Boah Okay Jetzt ist es weit So Verkleiden So Das ist doch schon mal viel besser Den schleppe ich jetzt irgendwo erstmal hier in ne In ne Ecke Zack hier Da bei Sully Insulation Kann er einfach mal liegen bleiben Hast gar keinen Bock hier in ein Versteck zu liegen Für den Kriege ich zwar keine Punkte Aber ist mir jetzt auch gerade vollkommen egal So Jetzt kann ich hier Und entdeckt auch So durchgehen Natürlich nicht zu auffällig Aber ist auch das Sinnfrei Alter, aber die gucken auch schon Die gucken auch schon wieder so Schief Was vielleicht daran liegt Dass ich keinen Mundschutz habe Können wir hier hoch Yo Gehen wir einfach mal jetzt hier hin Schauen ob uns das irgendwie weiter bringt Und ich dachte Der lehnt sich da einfach ran Der Typ So Nicht zu auffällig Deshalb lassen wir es erstmal hier Da ist Irgendwas anderes Was bestimmt nicht so gut ist wie unser Messer So Und weiter und weiter und weiter und weiter Und weiter Hier vorne kann man doch Alles klar Verstanden Gleich Weiter vordringen Boah Du musst nicht auffallen Ist hier noch was Beweis nehme ich einfach mal mit Fast schon zu auffällig Da ist ein weiterer Blutiger Handabdruck von Sheriff Skirky Also wir sind ihm schon ganz dicht auf den Fersen Und ich hoffe wir können ihn doch gleich auch mal erledigen So Gehen wir hier mal durch Okay Mich wundert dass die Typen da drin auch keine Atemschutzmaske oder sowas tragen Das ist seltsam echt mal So öffnen Exit Was ist das hier? Ist das Skirky? Hallo? Hä? Hä? Alter das ist einfach nur so ein erschöpfter alter Mann Der da steht Total random Na ich lass ihn einfach mal Obwohl er könnte ja auch mal Bekanntschaft mit meinem Tantomesser machen Aber nein ich lass das lieber Das hebe ich mir für Sheriff Skirky auf Der hier oben hoffentlich gleich ist So hier Wo sind wir hier? Keine Ahnung Kein Plan Geht's hier weiter Muss auch ab und zu mal hier mit meinem Instinktmodus die Ganze Umgebung muss dann Dass wir nichts verpassen Aber anscheinend Ist hier nichts Deshalb gehen wir einfach mal hier weiter rein So Schlossknacken noch Ganz schnell Aber es kommt uns ja nicht mal zu Also das ist kein Problem So Und durch Okay wo sind wir denn jetzt? Na klar Der Scharfschütze der Agentur hat sich bereits die perfekte Position ausgesucht Ist das der Scharfschütze? Ah Alter das geht ja Hauptvolksfest Na dann aber ehrlich mal Krasse Sache was hier abgeht Also Wenn da der Sheriff irgendwo zwischen ist Muss ich erstmal lange suchen denke Na gut Ist hier da noch was? Hier ist noch eine Blutspur Da stand irgendwas gerade von Scharfschütze Heißt das hier ist irgendwo ein Scharfschützengewehr? Oder Bier oder was Ne Ach hier doch Warte mal Aus dem offenen Was steht da? Aus dem off Ne auf Aus Auf dem offenen Platz besteht Für den Feind Höchste Gefahr Durch Scharfschützenden Schuss Ja wo ist denn das? Und vor allem Was ist das für eine Agentur Dass hier einfach jeden da Niedermetzelt Ach hier geht's weiter? Ist da etwa Ne 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 Da ist jemand Der mein Tanto-Messer Kennenlernen will So Verkleide ich mich einfach nochmal In den gleichen Klamotten Ist ja egal Hauptsache ein bisschen frischer Was mach ich mit ihm jetzt? Ähm Kann ich den hier auch irgendwo mal hintun? Doch hier Zack In die Kiste Wird ja gleich mal nach Fernost verschickt So rein mit dir So und wo ist jetzt hier ein Scharfschützengewehr? Agentur Tanto Ist ja ne Annäherung Oh ne bloß keine Annäherungsminen mehr Verkleidung Alter warum sind die einfach überall Annäherungsminen? Schwarzes Ah Guck mal eine an hier Zack Und wo war jetzt die perfekte Position da drinnen? Ah Nein 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 Warum sind die auf einmal tausend Leute? Ah Gott Hab ich mich jetzt wieder erschrocken Mist Gott sei Dank haben sie mich nicht erkannt Jetzt aufpassen Jetzt aufpassen Nein 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 So schnell falle ich doch nicht auf Ich gehe jetzt einfach mal weiter Ich gehe einfach weiter Das ist mir zu gefährlich Ich kann ja hier auch mal die Minen scharf machen Aber Ich weiß nicht Da bringe ich doch auch nur alles hier In noch mehr Aufruhr Blutlache gefunden Wäre ich oder die? Ne die Misstrauisch Warum das denn? Nur weil da Blut Kann ja auch von Shervis Skirky gewesen sein Muss ja nicht direkt von ihren Mann sein Ne Das liegt über Fleisch Hä? Ja glaube ich aber auch Ich gucke mal ganz kurz in meinen Laptop Bevor ich hier auffalle Denn ich habe jetzt gar keine Ahnung Soll ich jetzt entkommen? Ich soll doch Skirky noch erledigen So gucken wir mal Agedur umgehen und Skirky Ja Ich weiß auch noch dran Ja Keine Ahnung Ich gehe jetzt einfach mal da hinten hin Ich dürfte ja so gar nicht aushallen Deshalb ich bleibe jetzt einfach mal mit Instinktmodus Und gehe hier einfach lang Das kann man ja nicht schleichen Denn ich gehe einfach mal hier lang Ich fahre ja nicht auf hier Die Limeats oder was auch immer Können wir uns auch gleich noch einen Happen schnappen Oder hier ein Brot Ein schönes Baguette Ist doch auch mal was Da können wir uns jetzt leider nicht drum kümmern Wir haben hier andere Sachen zu tun Deshalb Versuche ich hier einfach mal Die Leute zu umgehen Hier kann ich immer Ah Den Autoalarm anmachen Ah Da sind die Blutflecken von dem Sheriff Okay Und hier Was ist da? Ein Hackebeil Brauchen wir nicht Haben unser Tantomesser Hier noch rumgehen Und hier ist Hope Creek Church Ach die Kirche Gut zack Tür eindrehen Jetzt ist es so weit Sheriff Skirky Auge um Auge Zahn um Zahn Jetzt im Angesicht des Todes wird er sich gleich befinden Guck mal Guckt euch das an Mein Outfit ist weg Ich habe schon erfolgreich geschaltet Stunde der Abrechnung Ein Traum Da fliegen schon ein paar kleine Täubchen Gen Nord, Süd, Ost, West Keine Ahnung Und ich habe mein Tantomesser dabei Sheriff Ist mir egal ob ich sichtbar bewachnet bin Ich halte das jetzt einfach mal hier So mit Da ist schon mal der Friedhof Memento Mori lieber Sheriff Wirst dich dort gleich mit den Toten betten können In der Hope Creek Church Ach ist das schön Das kann man fast schon genießen mit der Musik Oh ist der schon ein bisschen morbid oder Na egal ich habe mein Tantomesser Da ist er schon So rein ihr Dickie So Sheriff Die Stunde der Weit ist gekommen Oh nein, 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 nicht ihn Nicht ihn, nicht ihn, nein, nein Ich habe mich verdrückt Nein, ich habe mich verdrückt Ich habe Oh Gott Oh Mann Ja Dankeschön Also so wisst ihr jetzt schon mal wie man es nicht macht Ich habe jetzt auch so viel in die falsche Taste gedrückt Ich brauche erstmal mein Fadenkreuz Und jetzt habe ich einfach dem armen Priester da in die Brust geschossen Ja, das kennen wir schon Zack Kommt mal weg hier Jetzt aber Wo ist mein Fadenkreuz? Ich sehe hier nichts Ach da Da Und jetzt Zack So soll es sein Skirky Na bitte Ich kann doch nicht in einer Kirche sterben Letzte Chance Wo ist Victoria? Verpiss dich einfach Als wurde ausgeruar Sehh Direkt Oh 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 And Let's Oh Ja, das war's dann wohl mit dem durch und durch korrupten Hope samt seinem gelobten Sherry Skirpki, der da gerade das Zeitliche in der Kirche gesegnet hat. Leider nicht mit dem Tantumesser, was ich so lange extra dafür aufgehoben hab. Sollte es doch nicht sein, aber wir sind Spezialist geworden und haben auch 24.650 Punkte gekriegt und das ist doch schon mal allerhand. Ja gut, da können wir so weitermachen. Und was haben wir gekriegt? Natürlich hier Agentursachen. Also ich seh das immer, immer wieder, dass man so viel nicht findet. Hm, naja, was soll's. Hauptsache wir haben unser Tantumesser, Agentur-Tantumesser und ich glaube Tantumesser ist das Wort, was wir am meisten in diesem Netzplay benutzt haben, aber hat es auch verdient. Deshalb, wir spielen jetzt einfach mal mit unserem Tantumesser hoffentlich weiter in der nächsten Mission.